Parivrita Padma Bharadvajasana, die geträhte Lotus-Pharadvajasana-Stellung. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus Padmasana. Von hier ausgehend drehe eine Hand hinter dem Rücken und fasse an den Fuß und die andere Hand gib an das Knie. Und so drehe dich zur Seite. Parivrita heißt gedreht, Padma heißt Lotus und Bharadvajasana ist eine Variation des Drehsitzes. Und so ist Parivrita Padma Bharadvajasana eine schöne Drehhaltung. Zum Beispiel schwangeren Frauen empfiehlt man diese Variation des Drehsitzes, Matsyendrasana. Und auch viele Menschen, die den Lotus gut können, sagen, dass sie in dieser Haltung stärker die Wirbelsäule drehen als im normalen Drehsitz. Allerdings ist bei dieser Stellung die Massage der Bauchorgane nicht ganz so intensiv wie in Matsyendrasana. Parivrita Padma Bharadvajasana, also eine schöne Übung für die Flexibilität der Wirbelsäule und auch eine sanfte Zugmassage der Bauchorgane. Mehr Infos auf wiki.yoga-vidya.de